Jetzt werden sich die Leute fragen, wo geht es denn jetzt hin mit diesen krassen Gefährten? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir zeigen jetzt unser Dingy und wir haben was in diesem Video vor, was ich keine Ahnung habe, ob es klappt. Aber wenn es klappt, wird es spektakulär. Leute, das wird echt ein geiles Video. Das ist jetzt unser neues Schlauchboot. Ich wurde für das Schlauchboot schon ein paar Mal so angelacht, weil es ja nicht ein älteres Modell ist. Aber dieses Schlauchboot hat den Liegeplatz in Marina Botafog, wo ich dringend einen Liegeplatz brauche für unsere neue Yara, so heißt das Boot, 29 Fuß Orange in Carbon. Ein geiles Boot. Auf jeden Fall habe ich dann dieses Boot gekauft und da war der Liegeplatz dann quasi, dann kann man den eben mitmieten. Und jetzt habe ich dieses Boot hier in diesem Hafen, das ist ein privater Hafen, hierher gestellt, damit ich meine Boote wie jeden Tag im Charterham eben ganz nah zum Büro habe. Der Nachteil für dieses soll ist, dass der Liegeplatz fast so viel kostet wie das ganze Boot. Aber Liegeplatz ist Gold. Es war das Wichtigste für mich, einen Liegeplatz in Botafog zu haben. Ich habe mich aber trotzdem voll in dieses Boot verliebt. Die werde ich jetzt noch richtig schön machen. Hätte ich gesagt, du gibst mir die Roller an Bord und dann geht's los. Hier sind wir in Es Palmadó. Es Palmadó erkennt man vor allem hinten an einem Leuchtturm und der sagt dann, wenn man den so sieht, wie man ihn jetzt gerade sieht, Herzlich Willkommen auf Formel Terra. In der Bucht, in der wir gerade sind, können wir mit unseren Booten reinfahren. Hier ist das Wasser gerade so 1,80 Meter. Hier kann man stehen. Das Wasser ist super warm. Kristall, klar. Und wir sind hier mit unseren neuen Yara. So heißt das Boot. Ist ein 29-Fuß-Boot. Komplett aus Karbon. Das ist jetzt ganz neu in unserer Charterflotte. Der Kapitän. Bruno, er wird euch künftig dann hier über die Meere Ibiza und Formel Terra schippern. Ich bin mega, mega stolz, dass wir Bruno an Bord haben, dass wir dieses Boot neu in der Flotte haben. Kleiner Fun-Fact. Dieses Boot war bis letztes Jahr noch grün. Und wer fleißig meine Vlogs verfolgt, weiß, wir haben mal ein grünes Boot. Und das war genau die auf den Gipfel beim Harnkamm-Rennen. Direkt auf den Harnkamm draufgestellt mit dem Helikopter. War super, super spektakulär. Das ist die Geschichte dieses Bootes. Der Eigner hat es uns jetzt in die Charterflotte gegeben und erweitert jetzt eben die Charterflotte. Aber jetzt genug der Worte. Jetzt zeige ich euch vor allem unsere neue Yara. Das Spektakulärste in der Yara ist diese große Badeplattform, wo man einfach hier hinten drauf sitzen kann, die Füße ins Wasser hängen kann. Man kommt easy rein und raus aus dem Meer. Hier haben wir auch schon unseren Sieberbliegen. Der ist fast passend in Bootsfarbe. Der ist immer mit dabei, wenn ihr das Boot bei uns chartet. Damit versuchst ihr euch die Stunden hier auf Formel Terra enorm. Ich spoilere jetzt schon mal, was wir nämlich jetzt gleich vorhaben. Wir wollen euch mal zeigen, wie Low Emission wir sind. Die Boote sind ja komplett aus Carbon gefertigt. Das heißt, super leicht. Das ist der Grund, warum wir den Kraftstoffpreis immer schon im Preis mit drin haben. Und warum wir immer von uns sagen, das ist Low Emission. Wie können wir euch das Gewicht zeigen? Entweder wir könnten es halten oder wenn ihr es in einem Video sieht, wir konnten es an einem Helikopter hängen. Heute ziehen wir das Boot mit diesem Z-Bob. Der Z-Bob hat natürlich auch super viel Kraft. Und ob das wirklich funktioniert, das sehen wir gleich. Das ist die Siting-Area. Und das ist Bruno. Bruno ist born in Spanien. Und du hast hier in Ibiza gegründet, oder? Ja, das habe ich gemacht. Und ich liebe Ibiza. Ich liebe das Gefühl hier. Und es ist nicht besser als hier. Ja, perfekt. Und er ist dein neue Kapitän hier an Bord. Hi, willkommen an Bord. Wir betreiben ja in der Zwischenzeit unseren eigenen Laundry. Und gestern Abend habe ich es für mich Spaß gesagt. Wäre es nicht cool, wenn wir so Schwäne falten könnten? Und heute Morgen kommen wir an Bord. Und dann hat tatsächlich der José, der ist Neugäuern zum Team, hat hier so ein Schwan aus dem Handtuch gefaltet. Das Boot hat jede Menge Komfort. Es hat eine Dusche mit an Bord. Wir haben eine Badeleiter. Und was auch total cool ist, wir können jetzt hier das ganze Boot auch komplett überschatten und sogar damit fahren. Wir haben vorne super viel Platz. Und ich zeige euch mal das Interieur vom Boot. Die Kajüte ist jetzt wirklich nicht groß. Zu zweit kann man gerade noch so hier liegen. Es ist mega verarbeitet. Alles hier ist Carbon. Selbst der Dachhimmel ist voll Carbon. Was man auch nicht erwartet, ist hier eine Toilette, die komischerweise nie jemand nutzt. Entweder gehen unsere Gäste nie auf Toilette den ganzen Tag über, oder sie schwimmen einfach sehr auffällig. Naja, die Frage werden wir heute nicht beantworten. Wie viel Power hat eigentlich so ein Seabop? Da haben wir so ein Pilot Belt System, so heißt es. Das ist ein Gurt, in den man einsteigt. Der Valentin wird es jetzt gleich machen. Und der ist dazu da, um eigentlich den Seabop so zu nutzen, für das er ursprünglich mal gedacht war. Einfach sportliches Fahren, unter Wasser zu tauchen. Wenn man beispielsweise jetzt noch Gewichte an den Seabop nimmt, ist der Auftrieb nicht so hoch. Da kann man richtig schön tauchen. Es entlastet einfach die Arme. Denn der Fahrer ist mit diesem Pilot Gurt System am Gerät befestigt, was ihm einfach weniger Kraft in den Arm kostet. Viele fragen sich immer, was hat es eigentlich mit diesem Bauteil hier am Seabop auf sich. Zum einen ist hier die Seriennummer zu erkennen und zum anderen wird hier das Pilot Gurt System einfach eingehängt. Und das wird ganz einfach gemacht, genau so. Okay, Valentin ist ausgestattet. Mit diesen Linen werden wir ihn am Boot befestigen. Harness ist dran. Du springst schon mal rein. Käppi gibst du mir. Ready? Ja. Okay, Valentin geht auf Position. Bruno, hebe feste Linen. Und dann gib ihm eine Chance. Ich bin jetzt wirklich gespannt. Wir sind jetzt hier. Vier Mann an Bord. Plus das Eigengewicht des Bootes. Das Boot wiegt 1350 Kilogramm. Das ist für ein Boot nicht viel, aber es ist viel Gewicht. Plus wir. Sagen wir jetzt mal 4 x 80 Kilo. Alle eben einverstanden? Bruno? Fertig denn? Valentin? Perfekt. Okay, so. Dann gib ihm eine Chance. Wahnsinn! Wahnsinn! Das ist ein guter Gefühl für ein Kapitol, wenn du eine Ziewebombombeest hast. Ja? Imagine eine Stunde, wenn der Motor ausfließt. Ja. Ja. Dann kommt er bis zur Marina. Ja. Also ich würde sagen, der Sibov hat den Test bestanden. Wie war es für dich? Mega! Also ich habe gar nichts gespürt. Ja? Unglaublich! Also, Sie haben ja jeder gesagt, ob das wirklich so ein Sibov packt, aber er packt es. Das heißt, ein Sibov ist nicht nur ein mega unter Wassergerät. Es kann ja vielleicht auch mal das Leben retten, wenn plötzlich mal ein unerwarteter Motor ausgeht. Wahnsinn! Jetzt packen wir alles ein und dann lassen wir den Herrgott, einen guten Mann sein. Das reimt sich. Und damit liebe Grüße aus der Wiese.